Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich geradezu euphorisch sind. Dann haben wir jetzt aber noch schnell noch die... Munition und Kerosin. Ah. Handel. Kaufen. Minus. Munition brauche ich. Nehme ich die Höchstmenge und ich brauche Kerosin. Das heißt, der fällt aus und der fällt wieder rein. Bedeutet ihre Rückkehr... Ne komm, jetzt will mir doch bestimmt irgendeiner mal ein bisschen Munition verkaufen. Bitte seien Sie diskret. 25 Tonnen Kommunikatoren. Das ist genau das gleiche. Die stelle ich nicht her. Die kaufe ich teuer ein. Machen wir es mal so. Da habe ich die Munition, die ich brauche. Vielleicht wieder rausnehmen. Jetzt fehlt mir nur noch Kerosin. Zehn Stück. Na los, komm her, mach hin. Mal zwischenspeichern. Spiel gespeichert. Noch ein Kerosin. Jetzt habe ich auch die Kommunikatoren zusammen. Abholen. Kann ich die bauen? Wieder aus. Wieder an. Handel. Kommunikatoren raus. Du sammelst jetzt die ein. Kannst ablegen. Na, jetzt muss ich noch warten, bis die Wartungseinheit fertig ist. Gut, ich kann jetzt getrost vorspulen, bis der fertig ist. Warnung. Feuer entdeckt. Nicht gut. Ökobilanz. Werte fallen. Oh, ich bin bei der Ökobilanz von minus zwei. Oh, oh. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Alle Brände gelöscht. Mache ich das einfach mal so. Ökobilanz. Werte steigen. Damit das hier jetzt nicht so doll absackt. Ja, ja. Wie war das? Ich darf vorsp... Ja, naja. Ich darf vorspulen, bis das Teil fertig ist. Ah, ist das schön. Ist das schön, ey. Ich habe so lange an der Mission gesessen, habe so oft gefehlt. Einmal hingekriegt und dann geht's immer wieder. Lalalalalala. Ja, 260% geht noch. Das Gute ist, wahrscheinlich schließen wir den Auftrag noch ab, bevor der nächste bekloppte Auftrag kommt. Modul fertiggestellt. Und wenn nicht, verkaufe ich Carbon und kaufen tue ich das Zeug. Mikrochips mache ich raus. Geld haben wir ja genug. Jetzt kann ich nämlich... Ja, also wir schließen den Definiten ab. Wobei, es ist abhängig, was als nächstes in Auftrag kommt. Als nächster Auftrag kommt. Spuren wir mal per Hand vor. Ich speichern einmal zwischen. Spiel gespeichert. Ich denke, ich weiß... Ihr Beitrag bringt ETO einen... Dann bringen wir ETO mal wieder hierher nach vorne. 14 Minuten. Den komischen Dings hatten wir, oder? Ja, den elektromagnetischen Generator. Gut. So. Ich hoffe, mein Waren konnte... Es ist durchaus riskant, Ihnen diese Aufgabe. Ah, zwei Architekten. Ja, also definitiv noch vor dem nächsten schwierigen Lieferauftrag. Hallo. Eins. Zwei. Das gibt's nicht. Hallo. Meine. So. Nehme ich den mit. Noch 10 Minuten. Ah, das mit den Algen könnte wirklich relativ knapp werden. Aber es sieht noch gut aus. Dadurch, dass jetzt... Ich wäre besser, wenn ich jetzt noch nachgeliefert kriege. Wenn ich noch nachgeliefert kriege. Na komm, Devi. Ein bisschen Algen... Power. Als letzter Schirm, falls die... Jetzt gleich alle böse werden. Kurz speichern. Spiel gespeichert. Registriere Energieknappheit. Nein. Es ist bestimmt kein... Oh. Oh, das war... Das war gerade... Sehr knapp. Sehr, sehr, sehr dünnes Eis war das gerade. Oh, funktioniert alles noch. Noch 5 Minuten gleich. Ich muss jetzt nur hoffen, dass mir das ganze Zeug nicht ausgeht. Nur Sie können diese Sache wieder ins Lot bringen. Genau. Das war die Mission, bei der ich letztes Mal auch fertig gemacht habe. Aber ich glaube, ich mache das mal sogar früher fertig. Letztes Mal bin ich, ich glaube, als die Mission angefangen hat, habe ich den hier angefangen zu bauen. Aber wie gesagt, hat nur 12 Minuten gedauert dafür. Ah, das reicht definitiv noch. So, den kannst du schon mal einladen. Und da haben wir es gleich geschafft und haben diesen Mist durch. Jetzt kaufen die alle noch von mir. Die sollen wir mal lieber gerade verkaufen. Ein bisschen Drinks und Zeugs und so. Ah, Funktion. Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich gerade so euphorisch sind. Algen sollten jetzt eigentlich wieder so relativ halbwegs... Ah, 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 ah. Ah, ah. Technologie fertiggestellt. Die bringen wir jetzt zu Ebashi und dann haben wir den Scheiß fertig. Ich denke, ich weiß, warum sie gekommen sind. Fuck up. Ihr Beitrag bringt ETO einen weiteren Schritt voran. Yeah, wir haben es geschafft. Großartig. Das Kontrollzentrum ist einsatzbereit. Die Reparaturmaßnahmen können nun in Sicherheit fortgeführt werden. Nur so, das ist das Tech-Monument. So sieht das aus. Sehr gut. Dieser verheerende Puls wird nicht noch einmal austreten. Ich bin Ihnen und allen Beteiligten zu tiefstem Dank verpflichtet. Dank Ihnen können wir weiter hoffen, die geothermische Energie friedlich und sicher nutzbar zu machen. Die Menschheit wird Ihnen das niemals vergessen. Meine schöne Stadt. Oh Gott. Da haben wir es geschafft. Wir haben die Mission Rettung des Wunders fertig. Heißt die Mission Rettung des Wunders oder allgemein die Missionsreihe? Ja, ich bekomme natürlich keine Punkte dafür, da ich die Mission schon mal durch habe. Aber ich kann euch sagen, man bekommt 500 Punkte für eine Fraktion zur Auswahl. Ist schon relativ geil. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Missionsreihe Wunder in Gefahr durch mit der letzten Mission und nur so zur Info. Sie leisten wirklich großartige Arbeit für die Firma. Gut gemacht. Man bekommt für den Abschluss den Titel Wunderretter. Und zudem kann man sich nun die Stufe 3 Erweiterung für das geothermische Kraftwerk in seiner Akademie fertig bauen. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Wir haben diese Missionsreihe durch. Das war es. Ich überlege mir immer noch, ob ich die Welten-Events ab und zu vielleicht mal spiele. Aber erstmal heißt es Tschüss und auf Wiedersehen für Philipp 14 Peace und Anno 2070 die Tiefsee. Wir sehen uns wahrscheinlich in einem anderen Let's Play wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht wisst ihr nun, wie man die eine oder andere Mission lösen kann. Aber eigentlich hat es einem einfach Spaß gemacht. Und ich sage auch einfach jetzt auf Wiedersehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp 14 Peace.